Ah, die Luft sollte rein sein. Einer Wookiee Gamers, da ist weg. Nun ja, ich bin nicht nur hier, um diese Ansage aufzunehmen und auch Einer Wookiee zu entführen. Und um hier einzubrechen. Ja, jetzt kann ich endlich hier in das Hauptquartier... Jetzt werde ich endlich das Hauptquartier erobern. Ja, okay, das ist halt der Weg sein. Gehen wir mal los. Ich habe hier, aber ich habe hier auch die Dinos. Ja, die Tür ist offen. Ich bin nicht nur die Dinos. Ich bin nicht nur die Dinos. Nein, 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 nein. Immer ist ein Einer Wookiee Gamers, da gehen wir erst mal nach oben. Mal gucken, was da so ist. Da oben sitzt das hier noch. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, hier müsste es sein, hier vorne. Vorne ist, ich glaube, hier vorne ist der Keller, wo Einer Wookiee ist. Ich habe jetzt gesagt, das ist fast weg von von Drogen, von dem er geredet hat. Oh mein Gott, hier ist es kaputt. Hier ist es, Freunde. Okay, das lassen wir uns noch schnell hier hin. Okay. Freunde, kommt mit. Hier ist es, hier muss doch irgendwo Einer Wookiee sein. Hier, hier irgendwo. Freunde, müsste es sein. Wir müssen erst mal Eingang suchen, Freunde. Wir müssen erst mal Eingang suchen. Und vielleicht schleichen wir uns da mal von hinten, hinten, hinten ran, Freunde. Ja, okay, gut, Freunde. Wir schleichen uns da von hinten rein. Ich hoffe, da ist ja gut was. Ich hoffe, Freunde, dass da der Eingang ist. Jetzt ist es ganz dunkel. Freunde, warum ist es hier drin so dunkel? Okay. Freunde, hier ist auch kein Eingang. Das kann doch nicht sein. Freunde, ich lese mir kurz eure Kommentare. Ich setze mich da kurz hier unten hin. Aber wo ist denn sonst der Eingang? Warte mal, Freunde, ich schreibe alle geeigneten Säle da hinten. Ist ja dran vorbeigelaufen. Ach, jetzt check ich das erste Mal doch Türen. Oh, Mann, Freunde. Ich bin so los. Na ja, Freunde, gehen wir dann da halt nochmal hin. Oh, Mann, Freunde, warum check ich das einfach nicht? Da vorne war doch eine Tür. Aber welche Nummer jetzt überhaupt? Und welche Nummer ist denn jetzt der besagte Teller, wo Iowocke ist? So, hier riecht mir das ein bisschen. Ich tropf das durch. Oh, Mann, Freunde, gehen wir jetzt erstmal weiter. Und ihr kommt mit. Mann, das hätte ich echt mal ein bisschen früher checken sollen. Mann, 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 Freunde, gehen wir nochmal dahin jetzt. Oh, ein ziemlich starker Wind. Da vorne müsste es sein. Ich glaube, die neun ist es. Die neun müsste es sein. Heute gehen wir da direkt mal hin. Okay, Freunde, da sind wir. Hier. Wo ist das halt? Da vorne so ein Mist. Die Tür geht nicht auf. Ich muss mich nicht irgendwo drauf drücken. Wobei, warte mal, ich kenne mal die Gameboote hier in der Nähe. Drück mich hier einfach mal drauf. Freunde, bereit? 3, 2, 1. Oh, mein Gott, Freunde, wir sind jetzt hier in dem Raum. Das Papier irgendwo müsste es sein. Und dann machen wir mal einfach die Tür auf. So, okay, jetzt geht das Mist an. Freunde, ich kenne nur mal hier an, ist da einer? Hallo, Ayo Walkie? Oh, mein Gott. Freunde, da ist Ayo Walkie. Und dann bringen wir ihn raus. Und dann Ayo Walkie. So ein Mist. Freunde, was machen wir denn jetzt? Ich kenne Ayo. Ayo Walkie, ja nicht raus. So ein Mist. Okay, Ayo Walkie. Ayo Walkie, ich hole schnell den Schuss, dann bin ich wieder da. Okay, gut. Freunde, wir gehen nicht für den Schuss und holen. Okay, du weißt ja auch. Okay. Okay. Bye-bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020